Hello, hello! Herzlich willkommen zu einem neuen Gelesen-Video. Heute soll es um meinen Lesemonat August gehen und ich beginne das Video jetzt gerade noch in der Heimat. Hinter mir seht ihr mein Bücherregal, das ich schweren Herzens hier lassen werde. Für diejenigen, die es nicht wissen oder die nur meine Bücher-Videos schauen, ich ziehe jetzt nach Rotterdam und lasse tatsächlich meine Bücher alle hier. Ich glaube, ich nehme nur so zwei, drei Bücher mit, die ich halt jetzt plane noch zu lesen. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt, jetzt alle meine Bücher mitzunehmen. Aber ich dachte so zum allerletzten Mal nochmal vor meinem Bücherregal ein letztes Gelesen-Video. Tatsächlich beende ich das Gelesen-Video auch hier noch nicht an dieser Stelle, denn mein August ist noch nicht vorbei, aber ich dachte mir... Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich glaube, so ist es irgendwie cooler. Aber ich dachte mir, ich drehe den ersten Teil jetzt schon mal mit den Büchern, die ich jetzt noch hier habe. Einfach, weil ich die gelesenen Bücher nicht mitnehmen werde. Und dann habe ich aber noch eine physical copy in der Hand. Fangen wir an mit dem ersten Buch, was ich im August gelesen habe. Und zwar war das die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Das habe ich als Hörbuch gehört gelesen von Lili Zahavi. Die Stimme hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, dass ich irgendwann ihren Lesestil sehr monoton fand, was ich eigentlich nicht so mag. Aber zu dem Buch fand ich es sehr, sehr passend, weil auch die Protagonistin an bestimmten Stellen so eine gewisse Taubheit empfindet. Und ich finde, das hat Lili Zahavi mit ihrem Vorlesestil sehr gut rübergebracht. In die schönste Version geht es um Jella, die ihren Freund Yannick im Studium kennenlernt. Und die beiden verlieben sich und sind so ihre erste große Liebe und ziehen dann auch zusammen. Das Buch beginnt aber tatsächlich mit einem Zeitpunkt, an dem Yannick gewalttätig gegenüber Jella wird. Und Jella daraufhin flieht und erst mal bei ihrem Vater unterkommt. Das heißt, es geht eigentlich um eine Beziehung, die sehr intensiv ist von beiden Seiten und die dann irgendwie kippt. Deshalb an der Stelle auf jeden Fall auch schon mal bitte Triggerwarnungen durchlesen, wenn ihr über dieses Thema nicht so gut lesen könnt. Es geht aber tatsächlich nicht nur um diese gewalttätige Beziehung, sondern es geht um Jellas Aufwachsen in einer ostdeutschen Kleinstadt. Für mich war das im Allgemeinen eher ein Coming-of-Age-Roman, denn wir lernen Jella kennen als Jugendliche, wie sie mit ihren Freundinnen um die Häuser zieht und wie aber auch ihre Jugend vor allem davon geprägt ist, Männer beziehungsweise Jungs zu beeindrucken. Also sich die Nägel zu machen, sich schön zu machen, sich die Haare zu machen, sich zu rasieren, einfach um Jungs zu gefallen. Und so sich dieses ganze Image aufzubauen, nur um in einem Male-Gaze gut dazustehen. Also eigentlich Coming-of-Age im Patriarchat. Ich fand die Schilderung von Jella sehr, sehr nahbar und sehr glaubwürdig. Auch wenn ich mich nicht in alle hineinversetzen konnte, fand ich, hat sie so diesen Tonus von Aufwachsen im Patriarchat oder Jugendlichsein als Mädchen sehr, sehr passend und sehr, sehr gut getroffen. Mir hat auch gefallen, wie die Beziehung von Jella und Yannick dargestellt wird, wie sich diese beiden sehr, sehr intensiven Charaktere aneinander so abarbeiten und so miteinander streiten und kämpfen und so auch Dinge in sich gegenseitig hineinprojizieren. Ich glaube, das ist ein Buch, in dem sich sehr, sehr viele junge Frauen wiederfinden und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles neues Buch und den Hype, den es irgendwie gerade erfährt, auf jeden Fall wert. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Salt Slow von Julia Armfield. Ich habe mich schon so lange auf dieses Buch gefreut, weil ich würde sagen, dass Julia Armfield eine meiner liebsten AutorInnen ist und dieses Buch hat es einmal wieder bestätigt. Das ist ihr erstes Buch und das ist ein Essay-Band aus neun Kurzgeschichten. Leider gibt es dazu noch keine deutsche Übersetzung. Ich lese immer wieder in den Kommentaren, dass ihr gerne wollt, dass ich die deutschen Titel dazu nenne oder sage, auf welche Sprache ich es gelesen habe. Ich versuche das jetzt immer dazu zu erwähnen. Also dieses Buch habe ich auf Englisch gelesen und da gibt es leider noch keine deutsche Übersetzung für. In diesen neun Kurzgeschichten vermischt sich das Alltägliche und das Übernatürliche, würde ich sagen. Also das ist ein sehr magisch-realistisches Buch und wenn euch Her Body and Other Parties von Carmen Maria Machado gefallen hat, dann ist dieses Buch auf jeden Fall was für euch, weil es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es geht in diesen Geschichten um verschiedene Stationen im Leben von Frauen. Es geht um Coming of Age, es geht um Schwangerschaft, es geht um Tod, es geht um Beziehungen. Also ganz, ganz viele Themen, die einfach Frauen beschäftigen und feministisch sind. Und ich liebe, dass die Frauen in diesen Büchern nicht so idealisiert werden oder so perfekt dargestellt werden. Also die haben alle ihre Fehler und das macht sie halt auch so greifbar. Ich finde, Julia Armfield schreibt total lyrisch und auch sehr atmosphärisch. Also man ist sofort in so einer Atmosphäre und man hat sofort so ein Gefühl für so eine Geschichte oder Situation, die sie schildert. Ganz oft verschwimmen hierbei Realität und Fiktion. Im alltäglichen oder gewöhnlichen Leben kommt dann so ein Unheil raus oder was Unheimliches. Und manchmal ist es so Thriller-mäßig und manchmal ist es einfach so Science-Fiction und manchmal ist es auch so Horror angehaucht. Also ja, genau das, was ich liebe. Beispielsweise geht es in einer Story, die ich sehr geliebt habe, die hieß The Great Awake, darum, dass in einer Stadt die BewohnerInnen von ihrem Schlaf verlassen werden. Also der Schlaf verlässt ihren Körper und ist wie so eine Kreatur, die einfach neben ihnen existiert und aber nicht mit ihnen reden kann, sondern so ihr eigenes Ding macht. Und das ist als Konzept für mich schon was, wo ich denke, wow. Also da könnte ich stundenlang drüber nachdenken, wie das in Realität wäre. Das fand ich so eine coole Ausgangssituation. Und so wird eben diese Stadt schlaflos mit ihren teilnahmlosen Schlafkreaturen, die so neben jedem einzelnen Menschen herlaufen. Super crazy. Die habe ich sehr geliebt. Und eine andere, die ich auch sehr geliebt habe, ist Cassandra After. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass eine Frau von ihrer verstorbenen Partnerin heimgesucht wird. Heimgesucht wird und die sich so unterhalten. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Also ja, diese beiden waren meine Favoriten. Ich muss aber auch nicht sagen, dass mir jetzt alle was gegeben haben, aber in jedem Fall. Ich habe auch ganz viel gelesen, dass die Favoriten der einzelnen Leute wirklich verschieden sind. Also ich glaube, es ist da wirklich für viele Leute was dabei. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, Julia Arnfield mal auszuchecken. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, was super in den August gepasst hat. Und zwar Chlorine von Jade Song. Auch von diesem Buch gibt es noch keine deutsche Übersetzung, soweit ich weiß. Aber in Chlorine geht es um Ren Yeo. Sie ist seit ihrer Kindheit Wettkampfschwimmerin. Und sie liebt den Wettkampf. Und sie liebt das Wasser. Und das ist so wirklich ihr Leben. Aber das ist natürlich auch der Grund dafür, dass sie immer mit super viel Druck konfrontiert wird. Also sowohl von ihrem Trainer Jim, der auch übergriffig wird, als auch von ihren Eltern, die sehr leistungsorientiert sind. Und eben auch ihren TeamkollegInnen, denen gegenüber sie immer mit die Beste ist und sich auch so eben immer weiter behaupten möchte. Irgendwann, schon am Anfang des Buches, merkt man, dass Ren eigentlich eines sein möchte. Und zwar eine Meerjungfrau. Sie geht fest davon aus, dass sie sich von ihrem kläglichen, menschlichen Dasein hin zu einer Meerjungfrau entwickelt. Dieser Wunsch wird immer intensiver. Sie erzählt die Geschichte quasi retrospektiv. Also sie ist dann schon eine Meerjungfrau. Und wir erfahren, wie sie dazu wird. Und das Ganze beginnt in ihrer Pubertät. Und wir begleiten sie dann eben in ihrem Leben als Teenie Girl und als Wettkampfschwimmerin. Sie beschreibt auch ganz intensiv das Bild einer Meerjungfrau, die nicht als Meerjungfrau geboren wird, sondern zu dieser gemacht wird. Also von der Gesellschaft, von äußeren Einflüssen, aber auch durch einen eigenen inneren Wunsch. Und die sich auch zunehmend immer mehr nach dem weiten Ozean sehnt, in dem sie frei sein kann, anstatt in einem von Menschen gemachten Pool eingepfercht zu sein. Das ist die Ausgangssituation. Und dann wählt Ren einen sehr, sehr radikalen Weg, um eine Meerjungfrau zu werden. Ich finde, das Buch ist sehr magisch-realistisch geschrieben, auch wenn es gar nicht magisch ist. Denn alles, was passiert, ist sehr real. Und das Buch ist im Horror-Genre verordnet. Und ich wusste erst nicht, warum. Und an einer Stelle wird es dann ziemlich klar, dieses Buch ist sehr explizit, was bestimmte Dinge angeht. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber schaut euch auch da Trigger-Warnungen an, wenn ihr die braucht. Aber das ist ziemlich krass gewesen. My jaw dropped. Aber alles in allem fand ich das so gelungen. Das hat mich so krass beschäftigt, weil ich es so spannend fand, mal diesen Ansatz zu lesen, von einem Wunsch der Transformation in eine andere Existenzform. Einfach um dem Leben eines Teenager-Girls und aller gesellschaftlichen Ansprüche und all dem Druck, der an eine Person gestellt wird, zu entfliehen. Um der Realität literally zu entkommen. Das fand ich ganz toll, so übersetzt in diese Geschichte. An einer Stelle sagt Ren, if you've ever had to exist in a body form not yours. Und das fand ich auch ganz toll, weil es so queer auch gelesen werden kann. Also wenn euch so magisch-realistische Horror-Bücher interessieren, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Das war ganz, ganz toll. Aktuell lese ich gerade noch ein letztes Geschenk von Kalla Henkel, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, hier fertig zu lesen. Deshalb war das jetzt der erste Teil dieses gelesen Videos. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in Rotterdam wieder. Willkommen aus Rotterdam. Wie schon erwähnt, bin ich jetzt in meinem neuen Zuhause. Ich setze es noch in Anführungsstriche, weil es sich überhaupt noch nicht danach anfühlt. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Denn es soll um das letzte Buch gehen, das ich im August gelesen habe. Und das war das letzte Geschenk von Kalla Henkel. Das wurde mir freundlicherweise vom Kein-und-aber-Verlag zugeschickt. Ich habe von Kalla Henkel schon Other People's Clothes gelesen. Das ist ihr erstes Buch gewesen. Auf Deutsch ist der Titel Ruhm für eine Nacht. Und weil mir der Thriller schon super gefallen hat, war ich jetzt gespannt auf ihr zweites Buch. Das war nämlich so up my street, weil es geht um eine Künstlerin. Ihr Name ist Esther Ray. Sie hat Kunst studiert und bezeichnet sich aber nicht mehr als Künstlerin, sondern als Kunsthandwerkerin, denn sie macht ganz klassisch Buchbindung und beschäftigt sich mit Buchobjekten. Sie bezeichnet KünstlerInnen als Hofnarren und kritisiert auch ganz viel die Kunstszene, was ich super spannend fand und was gut in das Buch gepasst hat. Und Esther Ray bekommt dann bei einer Veranstaltung einen ganz besonderen Auftrag, denn sie soll für die Multimillionärin Naomi Duncan Familienalben anfertigen. Sie bekommt massenweise Kartons zugeschickt, die das Leben der Familie Duncan dokumentieren und sie soll daraus eben Familienalben machen. Und ich bin ja selber eine kleine Collagenmaus. Das hat mir schon mal als Ausgangslage total gut gefallen. Und das Spannende ist, dass Naomi dann auf unerklärliche Weise ums Leben kommt. Beschrieben wird das Ganze als Unfall, aber Esther glaubt nicht daran, dass es ein Unfall ist und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und damit begibt sie sich auch auf eine ganz große Reise über verschiedenste Stationen. Man merkt, dass Esther sehr einsam ist und sich sehr in diese obsessive Suche nach der Wahrheit flüchtet. Sie wird nämlich verlassen von ihrer Verlobten Jessica und ihre Mutter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen und ihr Vater ist auch nicht mehr der Alte. Also das ist alles sehr, sehr tragisch um sie herum. Und sie sitzt jetzt allein in dem Haus, das ihr und ihrer Verlobten gehört hat und ja, kommt dann in Gedanken und möchte einfach der Wahrheit auf den Grund kommen und irgendwie auch Gerechtigkeit. Dieses Buch vereint einen Thriller, es vereint Kunstkritik, Kritik an Social Media. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich auch sagen muss, dass ich teilweise die Social Media Kritik ein bisschen zu Standard fand. Also es gibt so einen Charakter, der so the typical influencer ist und das reicht mir einfach nicht mehr als Beschreibung für Social Media. Ich finde, das ist ein very millennial way of talking about it. Das fand ich ein bisschen schade. Dann hätte ich mir, aber das ist auch nur das Collagenherz in mir, mehr Scrapbook-Focus gewünscht. Also noch mehr Erzählungen davon, wie sie diese Alben erstellt. Das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil des Buches. Und natürlich ist das wahrscheinlich auch schwer, so schreibtechnisch umzusetzen. Aber das hätte ich irgendwie cool gefunden, weil der Großteil ist wirklich eher die Suche nach Naomi und was mit ihr passiert ist. Dadurch, dass Naomi so berühmt ist, gibt es natürlich auch ganz viel Kritik an Reichtum, an reichen Menschen versus ärmeren Menschen. Also das ist auch, die Themen, die das Buch auch macht, sind super spannend. Esther ist auch obsessed mit True Crime und das fand ich witzig, weil das hat ganz gut gepasst zu Penance von Eliza Clark. Das habe ich ja auch dieses Jahr gelesen und da geht es ja auch viel um True Crime und Kritik daran. Und auch in diesem Buch ist es so, dass sich eben Esther ganz krass in diese True Crime Welt flüchtet und ja, einfach obsessed damit ist. Ich finde, irgendwie in der Mitte geht so ein bisschen der Fokus verloren und es ist alles sehr all over the place. Ich glaube, das passt auch gut zur Protagonistin, weil sie einfach auch sehr all over the place ist und sehr passioniert. Aber es war dann teilweise schwer für mich zu lesen. Ich fand, zum Ende wurde es dann wieder ruhiger und der Fokus wurde klarer, aber in der Mitte war ich dann irgendwann so, what is going on? Aber an sich finde ich das perfekte Buch, wenn man einfach mal kurz der eigenen Welt entfliehen will und in eine andere Welt abtauchen will, die so ein bisschen in eine artsy Richtung geht und so in das Leben und in den Kopf einer Künstlerin schauen möchte. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool und würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich würde sagen, meine zwei Stresspickel und ich verabschieden uns jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten gelesenen Video wieder. Ich habe schon überlegt, ob ich mal so eine Art Reading-Vlog mache. Würde euch sowas auch mal interessieren, dass ich mal einen Fokus auf ein Buch lege und dann irgendwie vlogge, aber auch ganz viel über das Buch spreche. Vielleicht ist das mal eine andere Art von Vlog, die euch auch interessieren würde. Dann lasst es mich gerne wissen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wenn es heißt, was ich im September gelesen habe. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Bitte kommentiert doch mal, was ihr gerade lest. Das interessiert mich jeden Monat aufs Neue und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, ihr Moise.